Willkommen bei Durchstarter, dem Karrieremagazin der Salzburg AG. Wie sieht das bei Ihnen eigentlich aus? Gehen Sie überhaupt noch zur Arbeit oder sitzen Sie schon im Homeoffice? Und wie ist das mit fixen Arbeitszeiten? Wenn man die Trends beobachtet, sind jedenfalls flexiblere Arbeitsmodelle absolut gefragt und das fordert Unternehmen heraus. Bei der Salzburg AG können auch seit diesem Jahr Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten und einer, der das bereits macht, ist Christian Kienzel. 9to5 war gestern. Flexibles Arbeiten und Homeoffice sind die Zukunft. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen immer mehr. Da grätscht natürlich die Digitalisierung ganz stark rein von der Seite, die dazu führt, dass diese Grenzen einfach fluider werden und aufweichen. Und ich denke, damit sollte man seinen Frieden schließen, dass man es nicht mehr trennen kann. Auch die Salzburger AG bietet ihren Mitarbeitern seit Ende 2019 die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. Ich als Mitarbeiter kann selbst entscheiden, ob ich heute von zu Hause arbeiten möchte oder nicht. Dementsprechend werden wir unsere Mitarbeiter doch das aktiv an das Unternehmen binden. Und für uns als Unternehmen heißt das natürlich, dass die Fluktuation dadurch absolut geringer wird. Christian Kienzel aus der Digital Technology der Salzburg AG arbeitet seit Beginn diesen Jahres einen Tag die Woche im Homeoffice. Also so ein normaler Arbeitstag bei mir schaut so aus, dass ich um 6 Uhr aufstehe. Dann bereite ich die Kinder für die Schule vor. Die Zeit, die ich normalerweise im Zug verbringen würde, nutze ich für Sport morgens. Dann bin ich dann pünktlich um 8 Uhr in meinem Homeoffice. Der große Vorteil ist, ich erspare mir die Zeit, morgens in die Arbeit zu fahren und abends wieder nach Hause zu fahren. Und es ist schon so, dass auch mein Privatleben stark vereinfacht wird. Was mein Leben einfacher macht, das kann ich wieder positiv in die Arbeitswelt einfließen lassen und bin dadurch produktiver. Statt Kontrolle setzt man hier auf Eigenverantwortung, denn die Leistung muss ohnehin erbracht und vorgewiesen werden. Christian schätzt vor allem das ungestörte Arbeiten im Homeoffice. Denn im Büro ist es dann doch öfter so, dass die Kollegen vorbeikommen und auch wenn sie nur kurz eine Frage stellen, ist man aus dem Thema draußen und man beginnt oft von vorne. Sowas kann man im Homeoffice besser unterbringen als im Büro. Informationsflüsse gehen laut Kinzel nicht verloren. Dank Telefonkonferenzen steht er in ständigem Kontakt mit den Kollegen. Am nächsten Tag geht es für Christian Kinzel wieder an seinen richtigen Arbeitsplatz. Auch wenn er die Vorteile des Homeoffice zu schätzen weiß, freut er sich dann wieder auf den persönlichen Kontakt mit den Kollegen. Ein zweiter Tag wäre für mich jetzt durchaus denkbar. Kann ich mir gut vorstellen und mehr Tage würde ich jetzt nicht mehr nehmen, weil man hat ja doch, man ist in vielen Besprechungen, wo man physisch anwesend sein sollte. Und es wäre dann eher schwer zu koordinieren. Agiles Arbeiten ist ein absoluter Kultur-Change. Mitarbeiter und Führungskräfte müssen sich mehr denn je auf Eigenverantwortung, Freiheiten und Vertrauen einlassen. Das Heizkraftwerk Mitte versorgt die Stadt Salzburg verlässlich mit Fernwärme. Einer der dort seit 25 Jahren seine Runden dreht, ist Anton Leobacher. Um ihn kennenzulernen, nehmen wir Sie heute mit in die Kraftwerkszentrale, wo die Kraftwerksoperator darauf schauen, dass alles rund läuft. Dieser Mann heizt den Salzburgern an kalten Tagen so richtig ein. Anton Leobacher ist Kraftwerksoperator im Heizkraftwerk Mitte. Seit 25 Jahren arbeitet er hier und kennt das Kraftwerk wie kein anderer. Seine heutige Schicht beginnt um 5.30 Uhr. Erst werden die wichtigsten Informationen mit dem Kollegen aus der Nacht ausgetauscht. Da wird zuerst einmal die Dienstübergabe gemacht, da wird erzählt, was so vorgefallen ist in der Nacht, oder halt im Dienst, was vorher war. Auf seinen Monitoren in der Warte haben Anton und sein Kollege alles im Überblick. Im herunteren Bereich ist das, was mein Kraftwerk betrifft und im oberen Bereich ist das Fernwärmenetz drauf, wo ich die ganze Verteilung im Stadt sieht und auch der Speicher im Nord ist auch in dem oberen Bereich gebildet, wo ich dann die Schichtung sehe, wie vorher geladen ist. Das Fernwärmenetz in Salzburg ist rund 250 Kilometer lang. Circa 22.000 Kunden werden mit ökologisch sinnvoller Fernwärme versorgt. Für Anton ist es Zeit für den Kraftwerksrundgang. Im Herzen des Kraftwerks befindet sich der Gaskessel mit Gasturbine und Abhitzekessel. Hier wird die Wärme in das Fernwärmenetz eingebracht. Bei uns wird Dampf erzeugt. Das geht auf 500 Grad, 80 Bar, 500 Grad, wenn das erhitzt, wird dann über die Dampfturbine abgearbeitet, auf drei Bar oben und dann über Wärmetauscher, die das Wasser, das Warmwasser, ins Fernwärmenetz der Stadt Salzburg auszubringen. Vor allem die Reinheit des Wassers spielt im Kraftwerk eine große Rolle. Das Stadtwasser wird in einer Vollentsalzungsanlage aufbereitet, um die Anlage vor Ablagerungen zu schützen. Und um das zu überwachen, haben wir eine stetige Überwachung durch Analysegeräte, dann eine Analysenwand, wo dann die Leitfähigkeit gemessen wird, beharbert gemessen wird. Neben einem 14-tägigen Notstromdieseltest müssen auch die Speisewasserpumpen vom Gaskessel umgeschaltet werden, damit diese gleichmäßig belastet werden. Also ich wähle dann das Aggregat an, das was ich umschalten will. In dem Fall sind es dann die Speisewasserpumpen. Jetzt läuft momentan die Speisewasserpumpe 1. Dann schalten wir dann auf die Speisewasserpumpe 2 um. Das klicke ich dann an. Da wird die Pumpe gestartet. Die, was ich mit Liebkesselt, wird gestartet, wird dann über den Frequenzumformer langsam hochgefahren, bis sie einen Gleichlauf haben und dann wird die laufende Pumpe, was vorher gelaufen ist, langsam runtergefahren und abgestellt. Viele scheinbar kleine Handgriffe wie diese sind es, die dafür sorgen, dass es im Winter in Salzburgs Wohnungen schön warm ist. Es kann schnell gehen und man steht vor der Situation, dass man einen Lebenslauf schreiben muss. Das letzte Mal ist vielleicht Jahre her. Und dann die ganzen Fragen, wie muss das formell mittlerweile aussehen? Welches Foto ist ideal? Und wie kann ich mich positiv hervorheben? Wir haben umfangreiche Tipps dazu. Sie haben eine tolle Jobausschreibung gefunden, die genau zu Ihnen passt. Jetzt geht's ans Schreiben des Lebenslaufs. Aber wie muss der heutzutage eigentlich aussehen? Es ist total wichtig, dass der Lebenslauf schön übersichtlich ist, dass ein roter Faden zu erkennen ist und dass auch das Foto professionelles und kein privates bzw. Urlaubsfoto hier verwendet wird. Alle wichtigen Angaben, wie beruflicher Werdegang, aber auch schulische Ausbildung sind hier anzuführen und das I-Tüpfelchen, das Lebenslauf macht es persönlicher aus, sprich Hobbys oder sonstige Vereinssittigkeiten sind natürlich hier absolut gewünscht. Auch Vorlagen aus dem Internet können gerne zu Hilfe genommen werden und geben Rat bei gängigen Formaten und wichtigen Informationen zur Person. Aber wie wichtig ist dein Anschreiben oder reicht nur der Lebenslauf? Also ein sogenanntes Motivationsschreiben ist absolut wichtig, denn dieses Motivationsschreiben zeigt die Persönlichkeit des Bewerbers. Das Anschreiben bzw. das sogenannte Motivationsschreiben ist dann ansprechend, wenn es von Herzen kommt bzw. wenn es persönlich ist. Es sollte sehr authentisch rüberkommen, welche Motivation die Person bzw. der Bewerber hat, für dieses Unternehmen zu arbeiten und auch welche Motivation er für diese ausgeschriebene Stelle hat. Dann ist es authentisch und kommt persönlich sehr gut an beim Recruiter. Nicht nur formal korrekt, sondern vor allem auch kreativ soll er sein, der Lebenslauf. Wie können Sie sich aber von anderen Bewerbern abheben? Wir als Recruiter bekommen natürlich sehr viele Lebensläufe zu Gesicht. Deshalb helfen schon kleine Veränderungen, dass dies die Aufmerksamkeit erhöht. Man nimmt beispielsweise einfach die Farbe des Unternehmens her oder lässt verschiedene Informationen einfließen, was das Unternehmen beinhaltet. Und das sind schon Kleinigkeiten, wo der Recruiter sofort aufmerksam wird. Schön formatiert, kreativ, mit ein bisschen Pepp. Der Lebenslauf ist fast fertig. Aber was sind eigentlich die absoluten No-Gos beim Lebenslauf? Also absolute No-Gos im Lebenslauf sind beispielsweise Privatfotos zu verwenden oder Fotos vom Urlaub. Dies zeigt eine Demotivation bzw. auch eine nicht gute Vorbereitung. Speziell beim Motivationsschreiben sieht man sofort, ist dieser Text selbst geschrieben oder wurde er vom Internet kopiert. Mein abschließender Tipp für Bewerber ist Ehrlichkeit. Bleib selber ehrlich mit deinen Stärken, aber auch mit deinen Handlungsfeldern. Gib sie vorab an, genauso wie deine Gehaltswünsche, damit später dann im Bewerbungsgespräch keine böse Überraschungen kommen und in Zeiten der Digitalisierung findet man schlussendlich immer die Wahrheit. Und dann klappt es auch mit dem Bewerbungsgespräch. Nähere Infos über Lehrstellen und Jobangebote finden Sie auf www.salzburg-ag.at. Das nächste Mal gibt es dann Tipps für das perfekte Bewerbungsgespräch. Ich verabschiede mich jetzt. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut!